Hi, ich bin's wieder der Petty und ich werde in diesem Video erläutern, welche Themen wir im Gitarre-Gib einfach mal durchgehen. Das sind nun mal ziemlich viele, aber ich gebe mir nur einen kleinen Ausschnitt. Bis gleich! Guten Tag und ein herzliches Willkommen an alle Gitareros und die, die es noch werden wollen. Ich bin der Petty und ich freue mich darauf, euch auf eurem Weg an der Gitarre begleiten zu dürfen. Das ist natürlich alles vollkommen kostenfrei und unvermütend. So, nun viel Spaß bei meinem Video und ich hoffe, ihr könnt ganz viel daraus mitnehmen. Bei Fragen immer her damit an meine E-Mail-Adresse petty-crem.de. Bis gleich! Ja, okay, also. Alles, was ich hier drin habe, und manche werden sagen, es ist nicht viel, werde ich im Laufe der Zeit auch noch weitergeben. Also, ihr werdet jetzt auf keine Internetseite von mir verlinkt, wo ich was verkaufe, was ich weiß. Nö. Wir fangen an mit Basics, so offene Akkorde, so für Lagerfeuermusik, falls ihr mit der Akustik-Gitarre spielen wollt. Also, die Anfänge sind für Akustik und E-Gitarre relativ identisch. Wenn ihr euch fragt, wollt ihr Akustik-Gitarre oder soll ich erst Akustik-Gitarre spielen, damit ich irgendwann E-Gitarre lernen kann? Ja, das ist immer so eine Sache. Also, ich habe es im letzten Video schon mal gesagt, meine erste Gitarre war auch eine Akustik-Gitarre. Die habe ich mir gekauft, zusammen mit so einem Buch. Weil mir jeder gesagt hat, oh, damit du E-Gitarre spielen kannst, musst du Akustik-Gitarre spielen können. Ja, naiv, wie ich war, alles klar, in den Laden, Gitarre gekauft, Buch gekauft, los geht's. Und, ja, dann habe ich versucht, so die ersten zwei, drei, vier, fünf Kapitel gingen auch ganz gut mit diesem riesen Klopper da. Und, ja, das war gar nicht mein Ding. Mir gefällt das sehr gut, wenn jemand das gut kann, Akustik-Gitarre spielen. Aber mein Ding war das nie. Weil ich stand schon immer so auf so Rock-Sachen. Ich sage mal, so Nirvana, das war früher total mein Ding. Ja, und, ja, du willst rocken, dann hast du eine Akustik-Gitarre am Schoß. Manche können natürlich damit auch gut abgehen, gar keine Frage. Für mich war es nichts. Also, Gitarre wieder verkauft, das hat mir keinen Spaß gemacht. Und irgendwann kam dieser Wunsch dann mal wieder. Und ich wusste, mein bester Freund damals, der spielt Gitarre in einer Band. Oder, also, er spielte, glaube ich, Bass in einer Band und hatte aber auch Gitarre. Da konnte er es auch ein bisschen spielen. Und ich wusste, er hat eine E-Gitarre. Ich sage ja, immer leih mir die mal. Und dann habe ich mir die geliehen. Habe ein bisschen was probiert, was ich dann so mitbekommen habe, wie was so geht. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Das Ding war klein. Man musste nicht so fest auf die Seiten drücken. Ja, man ist ja pingelig, ne? Ja, und das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, und dann habe ich mir selber eine gekauft mit Verstärker und allem drum und dran. Ja, und dann habe ich mir erst mal versucht, alles selber beizubringen. Das geht bis zu einem gewissen Grad auch gut, wenn es einem keiner erklärt. Und dann stand ich irgendwann da so, ich will ein bisschen mehr, ne? Und dann habe ich mir einen Lehrer gesucht, der hat mir dann auf Finger geguckt. Ein paar Sachen musste er ausbügeln, was ich nicht so gut konnte. Oder was ich mir falsch beigebracht habe. Das ist nämlich auch schwierig. Und ich verweise dann nochmal auf meine E-Mail-Adresse, wo ihr dann... Mal schickt mir von mir aus auch Fotos, ne? Wenn ihr sagt, okay, ich halte meine Hand gerade so, da komme ich mir nicht mehr klar. Schickt mir ruhig ein Foto. Oder macht ein Video. Ladet es bei YouTube hoch, weil ein Video per E-Mail schicken ist immer so eine schwierige Sache, wegen der Größe des Postfachs. Ladet es bei YouTube hoch unter irgendeinem blöden Namen, ne? Was weiß ich? Mülltonne 1, zum Beispiel. Schickt mir das. Ich muss auch euren Kopf nicht sehen, ne? Reicht, wenn ich da eure Finger übers Griffbett fliegen sehe. Und euch dann noch was dazu sagen kann, ne? Ähm, ich werde auch nie einen an Pranger stellen. Also, ähm, solltet ihr mir ein Video schicken oder verlinken. Ähm, und ich denke, ui, äh, das ist aber doof. Dann zeige ich das, äh, nicht, ne? Dann sage ich euch da was zu. Sag euch die Fehler, die ihr macht. Sag euch, ob das vielleicht auch sogar gut ist. Ähm, ne? Kann ja alles sein. Also, vielleicht, wenn es ein Negativbeispiel gibt, vielleicht frage ich euch da mal, kann ich das nutzen, um anderen zu zeigen, wie es nicht geht? Oder wie es auch gerade geht, ne? Ähm, aber da frage ich vorher nach. Also, dann mache ich nichts ohne euer Einverständnis. Das wäre, ne, ne, das mache ich nicht. Ähm, das wäre, das wäre ja noch schöner. Ähm, gut, also wie gesagt, schickt mir einfach was an meiner E-Mail-Adresse. Ähm, ja, auf jeden Fall, mein Lehrer musste damals dann doch ein paar Sachen erwähnen, die ich da falsch gemacht habe. Beziehungsweise falsch. Falsch beim Gitarra spielen ist immer so eine Sache. Ähm, ihr wisst, die Theorie kommt immer nach der eigentlichen Sache, ne? Ähm, man erfindet immer erst was und dann guckt man hinterher, wie ist der beste Weg, äh, das zu bedienen oder das zu benutzen. Natürlich so auch bei der Gitarre. Und dann haben sich natürlich so ein paar Standards festgelegt, ne? Wie hält man die Hand, wie hält man das Plektrum und sowas alles. Aber das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ich sag mal, jeder hat eine andere Hand, äh, Beschaffenheit oder auch andere Arme, anderen Körper. Da kann man nicht sagen, halt das so und das ist für dich, für mich und für 200 andere auch gut, ne? Das kann man so pauschal wirklich nicht sagen. Ich hab mal ein Video gesehen von, wer war das denn? Was, ich glaub, Gary Moore und noch so ein paar andere, ähm, die kannte ich aber nicht, äh, Gitarristen. Und, äh, da hat so ein Showmaster, sag ich mal, hat gesagt, ja, spiel mal, was weiß ich, ein A. Und er greift das A und spielt das dann so. Oder, und die anderen auch. Ähm, und dann sagt der, ähm, Showmaster, er sagt dann, naja, so wird das aber laut Lehrbuch nicht gespielt. Ja, und wer ist Gary Moore, ne? Erzähl dir mal, dass er es falsch spielt, ne? Also, wie gesagt, ähm, es gibt ein paar Sachen, die solltet ihr so machen, wie sie erklärt werden. Aber ich sag mal, sowas wie, wie Pleckhaltung. Ähm, ja, ne? Ähm, ähm, das sind auch individuelle Sachen. Und wenn ihr sie hinterher mit einem kleinen Finger und Daumen haltet, wenn ihr so klarkommt, dann ist das doch alles schön. Ähm, ja, ich schweife hier schon wieder ab. Also, wir machen Basics, offene Akkorde, ähm, Lagerfeuerdinger, dann gehen wir über das, ähm, Cache-System, auf die Barré-Akkorde ein. Ähm, dann erzähl ich euch, was man mit den Akkorden so alles machen kann, ähm, wie man sie variieren kann und sowas alles. Ähm, und zu jedem, zu jeder Einheit, ich sag mal, als Beispiel, ich zeig euch drei Akkorde. Und danach zeig ich euch dann Lied, was man damit spielen kann, ne? Vielleicht, ähm, ähm, Backing-Track oder was auch immer. Also, irgendwas lasse ich mir da schon einfallen. Ähm, ähm, oder wenn wir, wenn ich, wenn es an die Pentatonik geht, oder an die Kirchturnarten, irgendwelche Licks, äh, werde ich da schon ausgeraten, die man dann spielen kann. Also, es gibt nichts Schlimmeres, als sich irgendwo hinzusetzen, sich, äh, einen Haufen Theorie anzuhören und, äh, dann hinterher da einzuschlafen. Ähm, also, lieber, ich erkläre was und, äh, ihr könnt dann danach direkt das Erklärte umsetzen. Ähm, ja, also, wie gesagt, wir machen ein paar Songs, wir machen, ähm, Licks, wir machen, ähm, das Solospiel, das machen wir auf jeden Fall, ne? Das ist ja das, was wir eigentlich mal eigentlich E-Gitarra spielen wollen, ne? Ähm, ähm, und dann gibt's noch einen Harmonie-Lehre-Workshop, wo dann die Pentatonik drin ist, die Kirchturnarten, ähm, ähm, Skalen, wo ich euch Notenlesen beibringe, wenn ihr das möchtet. Also, es geht zum Gitarrenlernen, da muss man keine Noten können. Man muss Notenwerte können, ganz klar, also, man muss wissen, das ist ein Vittel, das ist ein Achtel, das ist ein Haltebogen, das muss man wissen, also, da, da kommt man gar nicht drum rum, das zeige ich euch aber. Ähm, und das ist auch gar nicht schwer. Ähm, aber jetzt zu wissen, da auf dem Strich ist jetzt ein E oder da macht man extra Strich für ein C, ähm, das muss man nicht wissen, aber das, äh, zeige ich in diesem Harmonie-Lehre-Workshop auch, ne? Ähm, ja, und da sind wir, glaube ich, auch schon durch. Ah, ne, ähm, ich werde noch im Laufe der Zeit ein paar Videos machen, es gibt nämlich Wörter, ja, sowas wie Trust Rod, als Beispiel jetzt, ne? Da hört man sich das an und denkt sich, hm, was ist denn das? Ähm, ich sammle halt so ein paar Wörter, die mir so im Laufe des Tages immer mal so einfallen und dann mache ich da separat mal ein paar Videos zu, ne? Ich weiß nicht, ich schreibe jetzt den Wörter hin und erkläre die Wörter, was auf Deutsch heißen oder, ähm, was es ist, zum Beispiel, ihr guckt euch englische Videos an. Es gibt so viele, ne, eine Tonne von diesem, wie heißt denn der Vogel? Der ist super, der, ähm, Mati Schwarz, ähm, der macht super Videos, aber alles auf Englisch, ne? Ähm, und wenn ihr dann nicht weiß, dass, äh, Major, Dua und Miner, Moll ist, dann bist du schon aufgeschmissen. Aber sowas erkläre ich dann alles in diesen, ähm, Videos. Das werden mehrere, ne? Also es gibt so viel, was, äh, was da, äh, was da der Erklärung bedarf, ne? Äh, Trust Rod übrigens ist der Halsstab, ne, der in dem Hals von der Gitarre sitzt. Ähm, jetzt erheb ich hier mit Wörtern um mich und erkläre sie nicht, aber gut. Äh, hab ja dran gedacht. Ähm, ja, das, äh, kommt dann auch noch dazu. Ja, wie dem auch sei, das war's dann auch schon. Na ja, gut. Dann gehen wir beim nächsten Video darauf ein, was ihr von euch erwartet, äh, erwartet, äh, erwarten solltet. Oder was ihr mitbringen solltet. Oder was, ähm, ja, was ihr eigentlich wollt, ne? Das machen wir im nächsten Video. Bis dann.